um Stöcke reichen und nur ein paar Fackeln bräuchte ich noch und das scheiß Schwarzpulver sollte ich loswerden nachher verständlich hat nur eine der Fall ist in der in der Werkzeugkiste also ihr braucht euch keine machen das sind noch zwei Sticks das haben wir wieder um es ist ein Fakten im Inventar hier bedient stehen mein Bogen meine Bogen wenn du die Pfeile die Portion ich habe volle Pfeile bei mir reicht hat ach so ja dann nehm ich die mit ja dann nehm ich die mit doch hier sind noch mehr ne doch nicht ja da war nur einer wie viele Enderperlen wir haben, wieviel Knochen das wir haben schlimm Rettstöhnzeuges muss eigentlich Gelbstein heißen ja musst du noch ändern ja Gelbstein immer dieser Gelbstein hier ist es geändert im Jahr der legendäre Gelbstein ist das hier von mir nennt irgendwie hab ich gerade nur 70 FPS warum auch immer aber naja soll der wirklich nicht mal wieder machen was er will Gelbstein Fackel Gelbschnee Antriebschiene ist ja Gelbstein Lampe ja ja genau das heißt hier alles so und Gelbstein Verstärker ja 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 das ist alles umbenannt worden das ist alles hier akkurat oh das ist das hier oh ja mein Faus sieht ja immer schön aus zeigt sich mal wieder von der schönsten Seite und wir gehen erstmal in Kevins Haus rein mit unseren dreckigen Füßen schön über dem Teppich ah runter von meinem Perser Teppich sofort runter von meinem Perser Teppich jetzt bin ich unter deinem Perser Teppich ich überlege mich gerade weil ich noch mitnehmen muss oder was nix eigentlich nix ich hab alles wir irgendwas noch vergessen haben ach ja ich weiß was ich mal mitnehmen werde sofort hier Gesundheit 2 wo ist ne Eimer wenn wir den müssen schon haben dann soll ich den auch benutzen sofort hier Gesundheit das heißt wenn ich kurz vorm Verrecken bin dann kann ich nicht mehr Trank der Schnelligkeit ja wenn wir schon mal Tränke gebraut haben was ist denn mit der FPS was ist heute los die kotzen mich gerade an haben wir irgendwo oder habt ihr oder haben ja irgendwo Eimer äh irgendwo Eimer nö da sind keine irgendwie beschleicht mich gerade das Gefühl dass hier irgendwas nicht stimmt ich guck mal sicherheitshalber nach doch nicht nö stimmt eigentlich alles ja nicht dass ich irgendwas in DxStory mal wieder verstellt hab in meinen Schussel ja also wenn ihr dann so weit seid kommt einfach zur Wopp Slash U Woppuu Miene ja wenn du mir mal sagen könntest wo hier über ein bisschen Eimer sind sie sind hier oben so 16 stück habe ich mit Fellows zwar auf lava treffen hatte ich nur ein vor der haustür und immer schön hinter dir zu machen und zu sparen ich bin ja noch nicht fällig maria mutter gottes im himmel wenn es dich geben würde dann würde sich geben ach stimmt wir könnten uns ja bald mal karotten an pflanzen weil ich habe noch eine in der kiste ja die kommen dann aber nicht auf extra fällt sind die werden in die in die weizen ernte integriert sonst so viel arbeit wir machen wir machen kommt noch also wohin was in Wien wer hin ich folge dir einfach geht los also gut Slash Warp U-Mine da sind wir hier auch schon Hilfe T-H-E von mir aus ja hier sind wir schon dass ich hier noch daran erinnern kann die guten alten Zeiten hier unten super 8 Punkte kommt doch ja du auch noch ich hoffe ich habe hier jetzt ich kriege jetzt nicht mein Faible wieder da unten ist auch schon die Minenstation wir haben es auch schon und ich höre hier einen Slime Slime Boxen ich habe hier eigentlich Verbrennung auf meinem Schwert finde ich überhaupt nicht geil geht hier alles mehr kaputt als dass man XP bekommt finde ich nicht schön dann komm mal ja Moment 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 da stehe ich da rum oh Mist ähm Kevin kannst du mir mal kurz OP geben oder äh ja zu mir äh äh wieso äh wieso äh wieso haben die alle keinen OP ach so ich glaube ich habe den Server nochmal neu aufgesetzt ach ja richtig ich habe den ja geupdatet deswegen kann es sein dass hier die OP-Datei sich verschwinden die Bus hat okay Marcel dann komm mal mit also ich bin schon mal da weil wir müssen jetzt mal um die Minenbasis auslernen wo der Dominik da damals angelegt hat ich erinnere mich aha hier unten ne in unserer Vergangenheit hier haben wir noch Scheißdreck das Dingern ach bei ahm wie alt das her ist diese Minenbasis nicht das ist die noch gar wir haben wir 25 Gold 36 Eisen Eisen alter alter was wohl in den Öfen ja alles mitnehmen alles ausplündern okay die Öfen nehmen wir auch mit weil sonst ja sowieso ein Koppelstown Mangel die müssen wir mitnehmen die Kisten auch weil wenn schon dann auch richtig und alles was dann Plunder ist können wir ja wegschmeißen z.B. hier nur Plunder drin da interessiert mich z.B. jetzt nur die Kiste die sind noch ein paar Schienen und hier ja 22 Stück und den Rest haue ich dann mal hier irgendwo in Lava an wenn ich Platz brauche ha mir was dir soll ichs geben ja wenn du es nicht mitnehmen willst sie nur Plunder braucht kein Mensch die Kisten müssen aber auch mal voll werden wo ist die Lava wenn man sie braucht wo ist die Maus wo ist die Maus glaub ich es nur nicht verlieren äh was ist jetzt los wenn du auf streamen äh du hast die Connection zum Server verloren End of Stream äh weil mein Kraft ist einfach ausgegangen äh da braucht voll die fette Verbrennung drauf ich hab einfach nur die Fledermas geschlagen und mir rausgeschlagen ja vielleicht war das ja ein Admin ja und der hat mich dann so wie die Mausen Admin sein okay wir müssen auf jeden Fall auf Gold suche das heißt hier Eisen und so ist mehr nebensächlich umbaut ist dann eigentlich ab Haltbarkeit die Falschgekater Nachricht von Enchantment View dass es abgedatet ist aber das bringt mir auf dem Server herzlich wenig ohne Plugin wo nicht läuft schon mehr sagt es ja wo seid ihr tp dich einfach zu uns das ist nicht weit weg anbelangenehm das ist oder Dominik Wollowus seit Jahren dort ist ein Erwurzungsgeführung ermittelt da ist er die Brüder hier hat er auch voll vor dem Posten durch die Posten vor dem Kreuzersten das hätte ich laufen dann normaler und du haben und das ist ein Posten ein wenn wir somit werden aus den Spinn Sporstin Sporner Gold gefunden Bolien und Gold ist gut alles mitnehmen durch Schmack jetzt mein Mist hier weg da machen wir mal kurz eine Schere und hau hier mal die ganzen Dinger Spinnenweben ich habe immer so ein Faible dass ich die Minenschächte hier alle schön herrichte was sie jetzt aber hier im Let's Play nicht machen würde sonst dauert es viel zu lang in meiner Alpha Welt da müsste man mal jemand die Minenschächte angucken die sind alle top akkurat hingebaut wieder da war ich ein paar Stunden dran gesessen hat aber sehr viel Spaß gemacht la 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 so wir bauen hier einfach mal hier schön diese ganzen scheiß Spinnweben hier ab weil die kein Mensch braucht und hier ist anscheinend kein Spinn Sporner das ist mir sehr recht sag mal der Typ verbraucht so viel Fressen das gibt es gar nicht so dann kann ich ja mal die Behutsamkeit hier auspacken und hier mal die Kohle noch mit abbauen wofür ich überhaupt keinen Platz im Inventar habe aber wir ja Kohle bräuchten wir doch mal wieder ja ich habe übrigens die Kohlekiste ist ziemlich leer aber das liegt aber daran dass ich das alles auf die Öfen gemacht habe also in jedem Ofen ist ein ganzer Stack Kürbiskerne brauchen wir nicht da kann ich nehmen wir mal die Schienen mit ne ja die kannst du mal mitnehmen die werden wir brauchen ach ja ich brauche die Fäden die Fäden werde ich mal kurz in Wolle umbauen und die drei Stück werde ich mal wegschmeißen zwei Werkbänke ja ich habe die nochmal neu platziert weil du die als Erzblöcke hattest und ich habe ja Glück 3 dabei ja wir bauen die direkt als Ding ab als Behutsamkeit als Erzblöcke damit du auch sparst du dir Platz im Inventar das kann sein ja wenn du es direkt mit Glück 3 abbaust ist dein Inventar schneller voll als wenn du einfach nur das Ding abbaust und nachträglich mit Glück 3 abbaust so wie gesagt hier werde ich mein das stimmt werde ich meinen Fable hier nicht ausleben dass ich hier die ganzen Minenschächte schön herrichte weil das würde wie gesagt viel zu lange dauern im Let's Play und ihr haltet mal die Augen nach Gold offen weil deswegen sind wir hauptsächlich hier ja ich bin nichts ich bin hier welche Ebene gibt es eigentlich Gold das war ich nicht überall doch unterschiedlich oder keine Ahnung ich bin ja mal kurz in die also nicht überall aber ich glaube ab ab so 30 ich weiß es nicht soll ich lieber nachgucken damit und das macht jetzt mehr macht jetzt mehr oder weniger nichts warte Kevin ich nehme die Blöcke somit also als hier haben wir noch hier haben wir noch so muss ich noch so alles sein ja da kommt auch gleich ein Monster ist auch geil so und ihr seht hier unten kann ich mir jetzt anzeigen lassen ich habe noch 1552 von 1561 Benutzungen das ist richtig praktisch ja nur wenn du sie entschädigt hast stimmt das nicht mehr so ganz weil die nicht bei jedem Schlag eins runter geht das zählt ja nicht bei jedem Schlag eins runter ja nein ich habe berücksichtigt die die Haltbarkeit die Anzeige das ist äh häusend super und Kohle auch Gold 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 oder Mende Goldiges Gold wo kommen wir denn hier hin auch hier bin ich unterm ach gucke mal wo ich jetzt bin ich bin hier unterm Stall lol dann mal die ganze Kohle mit dem ich auch wieder gefunden habe ich noch mehr so ich hoffe dass der client hier so lange wie möglich mitmacht ja wenn man schützt hast du den Mod raus ja ja denke ich brauche ich hoffst du ja bis jetzt ist es mir eigentlich immer abgestützt aber vielleicht hat es auch an Forge gelegen weil Forge dann nämlich mit dem Madmus Mod ähm so riesige große Log Dateien generiert ich habe mal mit dem Marcel aufgenommen am Ende wo wir da aufgehört haben das war nach einer eineinhalb Stunden oder so wo wir da aufgenommen haben da hat diese diese Log Datei 200 Megabyte einfach nur Text 200 Megabyte Text das sind das ich glaube das waren so 10.000 Zeilen oder so äh ne 100.000 Zeilen also es ist wirklich krass was da Forge geschrieben hat vielleicht liegt es ja daran dass er irgendwann abstürzt dann Forge sagt nö jetzt habe ich keinen Bock mehr es kann auch sein dass es am Mod selber liegt ja besteh mal es liegt eher an dem Forge weil der schreibt dann zu viel dann ja es kann auch sein aber jetzt habe ich einen Mod Loader drin und der macht gar nix und dann hat er keine Lust mehr das ist glaube ich weniger ja ich muss aber irgendwie aber dann hat ähm ich habe jetzt hier den Mod Loader drin der macht das ganze nicht der schreibt einmal seinen komischen Log und dann ist gut ähm ich trabe mich mal hier so treppenartig nach unten wo Gold ist ja ich bin schon auf der Suche Wiki will ich jetzt mal wissen interessiert mich gerade mal Golderz die Höhlen Playlist kann ich hier leider gerade nicht aktivieren weil die irgendwie nicht so auf dem aktuellen Stand ist deswegen läuft halt die Musik hier äh äh Kevin also ich hab mal gehört dass es am einfachsten ist wenn man sich so ne wie in der Art eine Wendeltreppe heruntergräbt Golderz tritt am häufigsten in den Schichten 5 bis 28 auf und nimmt in den Schichten 29 bis 31 rapide ab na da hatte ich ja recht mit 30 ja ich bin 25 so dann gehen wir mal auf 3 und ne 23 mag ich nicht ich glaube eben eine 2 oh eben eine 22 wer sagt es Gold nur weil ich dann komme ich mal zu dir und helft dir da ist so wie rum noch so ein bisschen nachdem ich mal einen kurzen einen kurzen Happen zu mir nehmen werde ja na ma 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 ich muss nämlich gleich wieder zurück ich hab voll ich hab auch voll ich glaub das werd ich sogar mal machen tisch slash home hallo FPS hallo die verabschieden sich grad wieder die haben keinen Bock wie sollst du jetzt noch zwei Öfen dahinter eigentlich gemacht ja weil in meinem Haus so viele waren äh warum ist die Eisenkiste hier offen warum werden meine Sounds nicht geladen ab nein nein ab ab wieso ist Audio Tori auf das ist ja noch ein Creeper was wolltest ja die Creeper die mögen dich so dann laden wir hier mal ganz kurz das Eisen ab mal ganz kurz die Kohle ab irgendwie hab ich jetzt Glück mit dem Gold weißt du da ist Erde grabe ich die Erde weg was ist da hin die Creeper die wollen mich doch jetzt bin ich aus der Höhle draußen Creeper steht schon wieder neben mir bumms ich hörs das ist doch aber die machen jetzt zum Glück keinen Schaden dank World Guard und ich hab' eigentlich den